Wir haben die 100.000 Abonnenten geschafft. Danke für alles. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich krieg das Playbutton. Danke. Hallo, guten Morgen, beziehungsweise bei mir gute Nacht. Wir haben 2.32 Uhr. Na, ist ja auch egal. Ich werde die Nacht durchmachen. Deswegen, gebt ihm wieder einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es diesmal in die Trends. Ich glaube aber wieder nicht. Aber egal, ich liebe euch trotzdem. Also, ihr habt ein YouTube-Video mit mir. Ich freu mich richtig. Ich habe schon 5 Sachen ausgesucht. Ich habe erst gesagt, ich will nicht. Aber manchmal habe ich gedacht. Go, bitch, go, bitch, go, bestie. Oh, mieser. Egal, ich habe vergessen. Go, bitch, go, bitch, go, bestie. Gib mal Wasser. Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Nein, du darfst, du musst weiter weg. Die Buchs verdeckt dich, du Winzling. Bo, Winzling. Winzling. Oh, die muss noch mal in die erste Klasse. Ach so, ist sie doch. Oh, hä? Okay, tschüss. Okay, stopp, warte. Go, bitch, go, bitch, go, bestie. Dieser Mann sieht dich gar nicht. Go, bitch, go, bitch, go, bestie. Go, bitch, go, bitch, go, bestie. In diesem Video werde ich mit meiner kleinen Schwester üben. Wir drehen heute eine What's in the Box Challenge. Das bedeutet, wir haben eine Box, die hier, guck mal wie locker die ist. Ich schwöre, einen Kick und die fliegt weg, genau wie sie. Sie hat sich, zeigt deine fünf Gegenstände. In dieser Box sind fünf Gegenstände drin, die sie hier reintun wird. Stopp, stopp, stopp. Ich habe vergessen. Wenn euch das Video gefällt, obwohl ihr es noch nicht mal gesehen habt, aber das ist mir egal, denn wir müssen in die YouTube-Trends. Ich versuche schon wirklich seit dem zweiten Video, glaube ich, ich weiß nicht warum, aber ich versuche in die YouTube-Trends zu kommen, ne? Jeder war schon in die YouTube-Trends, aber bei mir funktioniert es nicht. Ich glaube, weil ich immer sage, dass ich in die YouTube-Trends will. Deswegen, ich tue jetzt mal so, als ob ich es nicht gesagt habe. Und ihr macht jetzt das, was ich euch sage. Deswegen, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und kommentiert. Was sollen die kommentieren? Du darfst heute entscheiden. Hase? Schreibt Hase in die Kommentare. Fertig aus, Micky Maus. So, Anissa, extra diesmal kein Go-Bitch-Go-Bestie gemacht, weil ich glaube, das hätte euch genervt, oder? Das wäre ein bisschen zu viel. Ja, warte, ich mache jetzt zuerst mein Walk. Go-Bitch, Go-Bitch, Go-Bestie. Okay, Leute. Die Völkchen muss ich sagen, oder? Und ja, ich freue mich. Ich will. Gewinne. Schreib in die Kommentare. Schreib in die Kommentare. Schreib in die Kommentare. Sie ist so süß. Schreib in die Kommentare. Wenn ich gewinne. Wenn der in die Kommentare hat, der Typ das nicht gewonnen hat. Ich heule. Kommentiert, was sie gesagt hat. Und wir haben es geklebt, weil der ist locker. Ich freue mich ganz. Ich bin die ganze Zeit rumgespümmt und einen Apfel geküssen. Mein Apfel ist gerade im Müll. Es macht nichts Sinn, was sie sagt. Über was redet sie? Ich möchte es wirklich wissen. Disco-Party-Fast. Abi! Let's go! Go-Bitch, Go-Bitch, Go-Bestie. Das war ein bisschen fake. Oh, sorry. Ich habe fast meine Augen geöffnet, aber ich habe nichts gesehen. Ich habe Angst. Ist etwas Schlimmes, Nisa? Nee. Warte, ich gebe die Socke mal hier. Socke? Warum bin ich so? Nee, du hast jetzt verloren. Jetzt habe ich einen Punkt bekommen. Go-Bitch, Go-Bitch, Go-Bestie. Nein. Lidschatten? Nein. Ah, diese Zahn, ähm, diese Zahn, äh, wie nennt man das? Diese Zahn, die dann diese Dinger abzumachen. Ah, yes. Nee, so wenn man hier was hat, dann nimmt man dieses Ding und dann macht man das so damit ab. Ja, das geworden. Ein Kuscheltier, ein Ball, also. Ja? Go-Bitch, Go-Bitch, Go-Bestie. Eine Tomate. Ja. Go-Bitch, Go-Bitch, Go-Bestie. So, jetzt können sie langsam die Hände reinführen. Ja? Ähm, Melonen? Marmarine. Ja. Ja. Oh, sorry. Ich gehe rein. ja okay es ist ein tuch aber also aber eigentlich ist es ein blick und sagst du nicht die ganze zeit du verstehst das spiel nicht jetzt habe ich schon eigentlich hätte ich den punkt nicht bekommen jetzt kriege ich aber nicht wie steht es eigentlich sagt dass nicht dieser jeder fängt kleiner es dauert jetzt kurz ein bisschen leute es ist 14 37 und ich bearbeite das video immer noch bitte geben wir den daumen nach oben einfach einfach weil schon 14 uhr ist und nummer zwei sie wollte sagen es bewegt sich nicht es barft alles klar natürlich nur spaß sie hat es nicht getrunken ich habe ein sound hinzugefügt sie hat eigentlich nur dran gerochen die magie von bearbeitung immer noch nicht immer noch so was gibt es nicht dieser schaden meine augen tun wie die ganze zeit und man gibt es voll hell geworden danke leute fürs zuschauen hat es dir spaß gemacht okay super richtig 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 drauf gibt dem video ein daumen nach oben gibt dem video ein daumen nach oben dann könnt ihr sehen 14 56 bist du schon kommentiert hase in die kommentare wenn ihr von den kommentaren wenn ihr bis hierhin geguckt habt und wenn ihr cool seid wenn ihr nicht kommentiert dann seid ihr nicht cool weißt du deswegen du musst eigentlich jetzt machen mache jetzt ich schwöre ich komme sonst ich weiß nicht folgt mir auf insta hier wird jetzt ein text stehen ich habe es heute geschafft e mir b y r danke da steht e mir b y r ich schaffe es dieses mal ich werde einen text rein machen ha